So liebe leute weiter geht es heute mit Need for Speed Hot Pure Speed Remastered und wir machen weiter mit den mit den Cops so schauen wir mal was wir denn hier so schön ist noch für uns haben hier so eine Vorschau ja dann fahren wir die kommt dann haben wir das einmal auch angelegt French Connection heißt das sind 8,5 Kilometer Zeit ja 8,5 Kilometer Strecke so vor uns und ja schauen wir mal einfach dass wir das irgendwie hinkriegen so eine Minute 49 sollen wir knacken und dann schaffen wir dann werden wir auf Gold aber mal gucken ob das wieder so gut läuft wie bei der letzten Aufnahme Session die wir jetzt hier haben das ist eine einheitliche Verlässung naja schauen wir mal Dankeschön der hat aber nicht genau und schön in den Griff gezogen also ich habe mir den Griff beim Pfiffen im Weg dann habe ich schon wieder vor uns gekommen ja Gold wird schwierig werden ich habe mir den Griff bekommen das ist klar habe man sich diese aufgabe zu erledigen zumindest mal auf silber kurze folgen kommen das kann in dieser folge jetzt auch passieren nachdem wie das nächste rennen und wir sind level 9 also bald höchstlevel für die kopf insgesamt bericht neues fahrzeug auf jeden fall schon mal in der tasche und zwar den missern geht aber ich habe mich für zu schnell okay dann machen wir mal noch dass ich wieder mal die ingenieure aufgeben leute das war heute noch mal was geschafft bekommen wir haben sieben autos wieder auf sieben ist mal verhaften um das ding auf gold zu fahren fünf brauchen wir um die aufgabe zu schaffen jeden fall sie haben zehn nagelbänder wir haben drei straßensperren 32 helikopter und drei mp na dann let's go so auf geht's machen wir das doch mal 17 km die straßensperren enthalten direkt vor die rechte garten straßensperren gehören das ist eine vorgabe hatte kontakt fahrzeug ist beschädigt aufpassen ein nagelband betrachte das als wärmer auch den haben wir total ausgeschüttet der verbaut ist die straßensperren natürlich der Wir haben den Motor noch nicht, wie schon möglich. Hier schlafen Steppenanlein. Verkehrsunfall der Plattestiegen am hochen Standort. Ablust. Reisenpalle festgestellt. Ausweitwandelbein empfohlen. Was ist das für den Motor? Straßenspannanreisen vor Ort. Verdichtiger hat ein Nadelsand abgeworfen. Alle Offizier werden vor sich gewesen. Scheiße, kein Crash. Aber ich habe noch ein Auto mitgenommen, oder? Verdichtiger hat das Nadelsand. 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 Der ist weg. An alle Einheiten. Einsatz von Nadeln freigegeben. Helikopter-Einheit in der Luft. Erwartet sich im Koordinat. Auf. Streck mich doch, bei der Querstand. Neu, hast du schon was passiert? Verwicht? Streck mich doch! Stattungverfolge Einheiten, wir werden durchsetzen. Ich habe noch vier Autos vor mir, dabei hat er davon zu den Chargen umgeschlagen. Wir haben ihn verloren, Verdächtiger ist im Tunnel, wir fliegen zur anderen Seite. Nägel auf der Straße, an alle Einheiten, seid vorsichtig. Ich glaube, das war nicht das Letzte, was wir von denen gesehen haben. So, ich glaube, dann haben wir die auf die Aufnahme erledigt. Was ist das Thema aufgefallen? Verdächtiger, wenn das ist ein Stück. Ach, mir leck mich doch am Arsch, Alter. Ich bremse noch und der geht noch drauf. Der gibt noch richtig Schub. 5 und 7, den hätte ich auch noch gehabt, den Typen. Der ist auch noch mal neu versuchen. Scheiße, den hätte ich auch noch gehabt, den Typen, weil der war auch noch schwer angeschlagen. Beide sogar eigentlichen, also 6 hat man ein Minimum gehabt. Aber der mehr auch für echt auf den Sack ging nach irgendwann. Aber gut, muss man auch immer anmerken, da hat er ein bisschen clever gemacht, das war da. Ja. Das hat er ziemlich clever gemacht. Wenn man den genau den Moment, wo der, wo ich dran bin, dann nehme ich die, 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 das war gewann schickt. Ich hoffe nicht, war das der Porsche. Ja. Ja. An alle Einheiten. Einsatz von Nageländer 3. Gibt es? Schadensterren, Elis 50, alle vorwürgen. Alle Einheiten Schadensterren, wirkungslos. als ob er das rüberziehen würde bewusst alle einleitenden Schrauben und den Unterricht in der Wurruhe von der Anleitung das ist Hebi bei der Abwehrtäne, da hier ok alle Kontakte, Fahrzeug ist beschädigt Alle Einheiten, die Straßensperrung sind zum Vorrat. Okay, der hat es noch nicht zu schmerzen, richtig, Kollege. Ich habe gar nichts getroffen. Ich fahre in den flüchtigen Straßensperrung versichelt. Alle Einheiten zugreifen. Ich habe die nicht, ne? Ich habe eine Verhaftung gerade nachgehalten. Wir haben ihn gerade verloren. Achtung, Verdichtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Abgeworfen, das Nagelband ist eurem Bereich entdeckt. Die Straßensperreinheiten, die Frau, nach deinem Beidemann. Ach, du gehst mir aufhören, Nüsse, wie zum Nagelband abgeworfen. Reifensfalle, 50, schnell, Aufweichmann über empfohlen. Wartschau, der 63, freigegeben. Straßensperreinheiten, direkt vor euch, schnell. Ich habe nicht zu viel Lage, wenn man rauskommt. Wir sind auf die Strecke, nein. Trittler vom Fall, der zerstiegenden Rosenstandort. Ich glaube, das war nicht das Letzte, was wir von dem gesehen haben. So, der ist schon mal weg. Hast du gerade mir den Namen gemacht? Das sind die Frage zu schicken, ne? Geil, ich habe gar nichts getan und... Instant Notalschaden, ja. Ja, aber die aber echt auffahren, was ihm geht nicht mehr. Weißt du, der eine schickt eine Nagelband hinterher, der... Ach, wir müssen noch 20 Nagelbänder hinterher schicken. Egal. Gut, egal. Scheiß drauf. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns dann wieder mit den Racern. Wir sehen uns dann wieder.